Und Meat Boy zeigt ihm gerade echt, wo der Hammer hängt. Das ist echt nicht schlecht. Schön, dass Meat Boy so aktiv ist. Hoffentlich lässt er das beim Mahn bleiben. Ähm, das ist Bob's Trottenhead oder so? Ja. Kannst du kaufen? Ich werde lieber das Book of Revelations. So, dann haben wir hier ein bisschen Spukki-Spuk. Gut, Book of Revelations. Das Lustige ist, man kann sich echt treffen lassen im Prinzip. Ähm, für seine Book of Revelations-Time. Was echt nice ist. Uns fehlt jetzt noch ein wenig an Schaden. Wahrscheinlich würde ich sogar fürs Ende noch, äh, ein Book of Belial holen. Los, Pinkel. Wow! Nicht ich. Das war jetzt echt. Kampf der Wasserlasser. Und ich kann tatsächlich, äh, meine Grenzen an den Herzen sehen. Das muss ich aber noch ändern. Hör mal. Das muss sich ändern. Nein, verdammt. Das muss sich ändern. Nein, verdammt. Siegt. Verdammt. Nix brauchbares. Ein echt unangenehmer Raum. Ein echt unangenehmer Raum. Ein echt unangenehmer Raum. Echt unangenehm. Jetzt haben wir ja Schutz weniger. Vielleicht war Dev, vielleicht, vielleicht, vielleicht war Dev nicht die beste Alternative. Ein echt unangenehmer Raum. Nix. Geld. Woah. Cool. Geil. Ähm. Du 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 du. Oh man. So. Hit it hard. Hit it hard. Nice. Und. Schnapp ihn dir. Tiger. Ye ye ye. Schnapp ihn dir. Es. Äh. Lief am Anfang nicht schlecht. Es lässt aber einen Moment nach. Find ich nicht so cool. I hate it. Ich hasse es. Schüsse man ist sowieso. Er wird. Er wird wohl. Rechts. Rum. Gehen. Das ist eigentlich. Hauptsächlich so. Man. Man. Hat's wieder. Oh verdammt. Hab die Bombe gelegt. So. Und jetzt kommt er einfach zu Teil. Und jetzt. Und jetzt. It lives. Ah. Und jetzt schlägt die Bombe hier hinten hin. Damit. Nein. Nein. Wow. Damit. Unser Freund. Äh. Meat Boy hier. Sollte eigentlich. Äh. Voll Spaß daran haben. Eben nicht. Durch die Bombe zu laufen. Er hat es aber trotzdem getan. Ja komm. Spuck doch. Du triffst mich niemals. Cool. Cool. I hate you. Verdammt. 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 Ja mit Bomben ist das etwas schwieriger. Man versucht dann immer mit einzurechen. Wohin könnte er den denn treten? Na? Aber. Das klappt nicht so ganz. I hate you. Nicht die Bombe. Lass doch die Bombe in Ruhe. Ja. Das ist auch schon mal ein Skill Shot. I hate you. Nicht die Bombe. Oh. Bist du jetzt? I hate you. Der macht die Bombe echt nicht oder? Ich lass die Bombe trotzdem nicht aus dem Spiel. Na. 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 Ha. Das muss das gelesen sein. Komm. Meatball machen wir fest. Und wir haben was bekommen. Geil. Ja wir hatten einfach zu wenig Damage. Ähm. Isaac genau holst du die Six. Jetzt hat Isaac von Anfang an dem die Six. Was dieser macht werden wir noch später sehen. Und. Wir könnten ins Licht gehen. Und wir kriegen kein normales Ending zu sehen. Das ist ein bisschen. Ich. Würde sagen. Dann. Let's go deeper. Let's get going deeper. Ah. The Shield. Das sind wir ja jetzt. Puh. Das äh. Letzte Mal. Als ich mit Blue Baby in der Shield war. Hab ich es auch geschafft. Ähm. Weil ich das einmal mit ihm in der Shield war. Ist das also eine Rate von 100%. Oh yeah. Ähm. Ja. Ich war gerade am Posen mit ihm für ein schönes Picture. Picture perfect. Oh. Oh. Das ist so entspannt. Oh man. Komm, 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 komm. Oh. Die schießt etwas schneller. Damit ist auch die Erfolgsquote für die etwas höher. Love. Ja. Hau weg die Rands. Ähm. Schon wieder. Doppelstlob. Die könnten uns natürlich auch in Sicherheit bringen. Jedoch wäre das echt schwach von mir. Und ich möchte in diesem Secret Blue bloß keinen Rands machen. Es reicht schon, dass ich hier gegen Doppelstlob kämpfen muss, was absolut nicht einfach ist. Ich glaube es ist vielleicht langsam, aber er nervt. Und es dauert so lange. Komm schon. 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 Allto hinfort. Allt hinfort. Up up the way. Gut, äh, Book of Repulations, wir können das Childz Hard, müsste es eigentlich sein. Nicht auf ihn, dumm gelaufen. Ähm, wo ich denke, wo jetzt... Der El Gigantus, wie nah das ist, ähm, ganz sicher nicht unten, ganz sicher nicht oben, deswegen, wenn dann links oder rechts. Tippe ich, ich hab keine Ahnung. Oh, Festola! Und ich würde eigentlich echt lieb gerne sofort drinnen. Und nicht auf langsamen, aber zwischen Umwege, weil hier ist nichts mehr sicher. Tut mir leid, aber sicher war gestern. Ähm, oh, komm schon, und, ja, komm, du kommst, oh, verdammt. Ähm, Holy Water bringt auch hier nicht wirklich was. Uh, los, Meat Boy, mach nom, mach nom. Ja, das war lecker, ha? Ich hab keine Ahnung. Oh, nee, der ist ja... Komm, 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 komm. Oh, hey, yeah. You didn't see that one coming, huh? Oh, nee. Okay, 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 okay. Oh, ach, shh, fucke, trick. Oh, da, 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 da. Schön. Ob er bei Relations... Ja. Nein. Jetzt wollt ihr mir echt noch einen Fallen vorsetzen, bevor ihr Fallen eh kommt. Das ist echt uncool. Das ist echt cool. Das ist echt nicht cool. Au. Gut. Meat Boy hat wenigstens etwas gebracht. Wir haben tatsächlich die Voraussetzungen, Satan zu besiegen. Oh, wie ist die seltsche Bombe? Me am totally stupid. Und wieso sterben die nicht? Komm schon, komm schon. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt. It is on. It is on. Und wir würden das Baby echt für eine Weile lang nicht mehr sehen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hau rein. Hau rein. Ja, hau rein. Ich schau dir nämlich rein. Ja, komm du mir hier rüber. Komm du mir hier rüber. Komm mit mir, Bro. Ich bin bereit für alles. Oh, süß. Das könnte jetzt echt gefährlich werden. Gut. Meat Boy, Brocke zu Haus. Ah, yeah. You're done, fool. Habo zu soon. Set, Satan. Oh, man. Meat Boy mag Wasser. Verdammt. Ja, Holy Water macht ja Schaden. Weißen den Gegnern zwar. Aber deswegen fokussiert er sich jetzt nicht wirklich auf Satan. Was für mich eigentlich besser? Ja. Komm schon. You wanted to? Und Brother Bobby und ich hauen jetzt den Petzern rein. Komm schon. Komm schon. Und trotzdem mal ein Damage, den wir echt haben. Now, it's on. It's so damn. Oh, yeah. 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 Am besten stehen bleiben ist die DeVise bei unserem Totally Friend. Oh, nee. Der ist so. Ähm. Oh, komm schon, das ist ja easy, das ist ja easy, gib mir was Hachtes, komm schon, forgive me now. Didn't see that one coming, huh? Blue Baby. So, damit Blue Baby nicht nur so abgeschlossen, den D6 bekommt, sondern auch die Shield bekommt und damit Forget Me Now bekommen. Was beide Sachen machen, werden wir auf jeden Fall noch herausfinden und was jetzt als nächstes kommt, weil ich hab ja gesagt, wenn Blue Baby geschafft ist und wir haben heute mehr als nur geschafft, dann wird auch etwas Neues kommen. Was es sein wird, ja, ich verfahr' zu euch sogar. Aber zuerst gucken wir uns doch diesen Abspann, die vielleicht geilen Musik hat. Denn, als nächstes, wir werden keinen Run mehr machen, also fürs Erste, wir werden natürlich Runs machen. Und wir werden natürlich auch einen Run machen, als nächstes, was soll man sonst bei einer Weisung machen. Wir werden aber keinen normalen Run machen. Capital Queen, Loki 2, oder Loki, Teratoma, Long Island, Small. Wir werden als nächstes, ähm, die, jetzt fällt mir nicht mal das Wort ein, das heißt, wir müssen sogar warten. Oder ich drück ja, ja, das hat sich die Sache. Bob's Heart and Isaac. Äh, aber als nächstes kommen die Challenges. Das war's, Challenges. Challenges, Challenges. Die Challenges, Dark Was the Night, Seven Years Bad Luck, Large March, Nine Deaths, Lord of the Flies, The Doctor's Revenge, Meet Forever, Spider Boy, Isaac Was Good Today und dann die zehnte Challenge. Die werden jetzt als nächstes folgen, wir werden natürlich 1 bis 10 machen. Und dann, aber bis dahin, mein Name ist Edwin, weil ich hoffe, es hat euch gefallen, wie das Blue Baby Edge nochmal gerockt hat. Oh yeah! Bis dahin. Ciao.